hey leute ich wollte euch echt mal was witziges zeigen ihr kennt doch bestimmt alle diese watch boxen die man kaufen kann für hamster und ja mein freisen habe ich quasi meine eigenen watch boxen es fokussiert leider nicht so hier sieht man jetzt mal eine maus das ist die kleinste bei mir und ist es echt lustig dass sie diese höhlen hier so gut nutzen hier ist eine und das ist übrigens porsche und die andere watch box in anführungszeichen ist da hinten aber beide sind genau an der glasscheibe also ich kann sie hervorragend beobachten und stört sie auch gar nicht dass ich jetzt hier bin und andere ist nämlich hier also eigentlich hatte ich die gar nicht dafür geplant das ist übrigens so was hier das hatte ich eigentlich so als brücke reingestellt die mäuse haben es aber vergraben und nutzen es jetzt als höhle und ich kann das dann als ja mehr oder weniger watch box verwenden genauso wie hier